Nummer 5. Die JW 108 von Oregon Scientific ist mehr als nur eine Wetterstation. Es handelt sich um ein Designobjekt, das ihrer Wohnung oder ihrem Büro eine moderne und einzigartige Note verleiht. All dies kombiniert mit der Effizienz eines hochpräzisen Instruments. Sie ist eine funkgesteuerte Wandtour. Aber sie ist auch viel mehr. Sie verfügt über Innen- und Außentemperaturmessung mit drahtlosem Fernsensor, Barometer, Wettervorhersage für die nächsten 12 oder 24 Stunden und Kalender. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Eine der besten Oregon Wetterstationen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der RA 502 von Oregon ist ein Gerät, das Design und Effizienz perfekt vereint. Die weichen Linien, die kompakte Größe und die auffälligen Farben, die für dieses Gerät gewählt wurden, machen es zu einem einzigartigen Modell. Sein Touch-Display, seine kompakte Größe und sein intuitiver Bildschirm machen es zu einem Instrument, das leicht zu lesen und zu bedienen ist. Es verfügt über Innen- und Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitserfassung, gleichzeitige Überwachung von vier verschiedenen Zonen, Schimmel- und Feuchtwarnungen, anpassbare Tags mit farbigen Etiketten, um das Ablesen der Daten zu erleichtern, und Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieses Modell ist die perfekte Wahl für alle, die ein preiswertes Gerät mit vielen Funktionen suchen. Es verfügt über Innen- und Außentemperaturmessung mit Trendanzeige und täglicher Höchst- und Tiefstwertbestimmung, Wettervorhersage für die nächsten 12 oder 24 Stunden im Umkreis von 30 bis 35 Kilometern, Mondphasen, Wetterwarnmeldungen, Uhr und Kalender, Anemometer zur Windmessung, Frost, Starkwind, Gewitter und Nebelalarm. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Die kompakte Größe, der LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und die extrem einfache Bedienung machen es zu einem perfekten Gerät für den Amateurbereich, das auch ideal für die Mitnahme auf Reisen ist. Es verfügt über eine Innen- und Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung, eine Uhr, einen Wecker, eine Übertragungsreichweite von bis zu 50 Metern und eine Eisalarmfunktion. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Diese Wetterstation von Oregon Scientific ist von guter Qualität und eignet sich für alle, die ein preiswertes Instrument für den Amateurbereich suchen. Das große Farbdisplay ermöglicht eine einfache Visualisierung der Daten. Es verfügt über Innen- und Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung mit der Möglichkeit, tägliche Höchst- und Tiefstwerte aufzuzeichnen. Wettervorhersage für die nächsten 12 oder 24 Stunden. Wetteralarm, Frostalarm, Mondphase, Uhr. Unterstützt bis zu drei Sensoren. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.